Und wir sind jetzt auch langsam, dass die Rotter beschweren werden, dass die Schuhe verschweren werden, die Rotter die Schuhe verlaufen. Nach hinten, über die Seite, über die Seite der Rotter. Die Schuhe schafft das Beinegriffe, die die Stelfaar des Schuhe, die die Schuhe des Schuhe, die die Schuhe des Menschen, die die Schuhe des Schuhe des Schuhe des Schuhe des Schuhe des Spanches. und die Farbe riecht auch noch eine Wälder. Nächste Lübe, die ich habe mit dem Tor, und ich denke, es ist wirklich sehr schön, wie man hier. Dann nehmen wir die Wälder, das Päck vom Tor, das Talessio von Schür, so, ich habe den Tor, wie ich noch frei, so wie ich gerade war, ich war nicht so, Und jetzt können wir die Antwerp, schon mit dem Riff, schon mit der Saal. Sehr gut. Sehr gut. Wir können auch das Gewicht aufs Falle mit dem. Aber wir können sich aufs Fächs nicht mit denen die Stoffe überstehen. Und schau doch mal her, macht's bei der Gruppe immer so. Und das stimmt, wenn es so ist. Jetzt steigen wir mit diesem Rechten ein Tor, und die Karte, die beschleunten Kinder am Wiener Seinabschlag. Genau, das ist besser für das Karte, dass ihr schreckt. Das ist das nicht vertreten. Und jetzt schauen wir mit dem Namen, schreckt ihr noch nicht. Beugt das Karte, weil das andere zu betrügen. Genau. Jetzt stellen wir wieder zurück, und vor, geht sie, und wir, und wir noch. Und noch ein Schulverdacht. Die ganze Zeit hoch, denn wir gehen auf die Sieger der Seite. Und noch Seite zu Seite. Und dann drehen wir uns, steigen die Schuhe, steigen die Zehnschlüsse, in das selbe Richtung. Wir gehen auf die Wagen, und wir gehen auf die Karte, und wir gehen auf die Karte. und wir gehen auf die Wagen. Und dann gehen die Karte, und wir gehen auf die Haune, Dann nehmen die Karte hinfüren, und das Heken wieder zurück. Schnappeln vor, Hüften hoch rein. Da sollten wir die Dämen spüren. Arme ziehen wir fort, Schultern reklamt tief. Das ist keine leichte Dähmung. Und wenn ihr es heute nicht gut spürt, ärgert ihr euch nicht und macht ihr euch nicht. Dann kommen wir hoch aufs Vorderredein, nehmen wir das Lieberlinchen hoch, halten sie sehr fest. Und jetzt versuchen wir das Tor, das ist für euch immer drin und diese Stelle, die man vorher denkt, man kann nicht weiter, sie grüßen uns ein bisschen nach oben. Das ist auch nicht so, dass sie ein krass, aber ihr könnt es jedes Mal ein bisschen mehr machen. Wir können sogar mit einem anderen Werkwerk trainieren und dann drückst du das Ziel zurück und jetzt machen wir schon, dass diese Art da freut. Genau, das ist die Bewegung. Dann merkt man schon, dass es nicht einfach. Jetzt stellen wir noch einen linken Bein vor. Setzen uns noch mal hier. Rechts abschütteln. Rücken strecken, muss man kurz ziehen. Vergesst ihr, sammeln schon, den richtigen Rücken zu drücken. Gibt es die Trifrasch noch mal raus. Dann auch für den Nerven. Dann kommt ihr schützeln. Dann stecken wir zurück. Dann stecken wir zurück. So bitte, jetzt einmal noch hier mit mir drauf. Und langsam. Fuß noch schwer werden kannst. Dann locken wir die Schultern raus. Dann zieht ganz ein Roll. Noch nicht ganz zusammenstecken. Okay. Nach hinten überschränkt das Niederseite. Und wir machen mal so. So weit wie es gut geht. Und dann trafst du sowieso gut reißen. Wenn wir nach oben kommen. Und langsam. Wir werden sie warten. Die werden sie ausatmen. Und ausatmen. Und ausatmen. Ich f school. Und� affiliusingские hände. Jetzt fertig. Sammeln.